Hallo, ich bin Patricia und ich bin heute hier mit meiner kleinen Tochter auf dem Seminar Durchhaltevermögen von Ernst Grammeri und es ist einfach überwältigend für mich gewesen. Wir sind jetzt das ganze Wochenende schon hier. Wir hatten heute einen mega Ausflug gemacht nach hoch auf den Berg, waren am Freitag auch noch oben auf dem Berg und die Aussicht und was man alles mitnimmt. Ich bin am Anfang wirklich hierher gekommen, hatte keine wirklichen Erwartungen, wo ich einfach gesagt habe, ich lasse es auf mich wirken und nehme mit, was ich mitnehmen kann und es sind einfach so viele Gedanken, die jetzt einfach in mir aufsprudeln, die ich einfach selber nochmal verarbeiten muss und ja, bin einfach jetzt total on fire und will loslegen und oder ich werde nicht, ich will, ich werde loslegen und ich freue mich einfach schon und es sind so tolle Menschen hier und einfach wirklich unbeschreiblich, kann ich nur jedem empfehlen und es ist auch kein Problem mit Kind, kriegen wir auch hin und ja, vielen Dank.